Hallo, in diesem Video möchte ich kurz zeigen, wie ich die Leistungskontrolle in den Grundlagen der Elektrotechnik 2 vom Sommersemester 2023 lösen würde. Wie in diesen Videos üblich, habe ich mir hier Octave hingelegt als schlaues Rechenprogramm, als der mächtigen Taschenrechner für die Zahlenrechnung. Ich trage auch passend dazu, kann ich kurz zeigen, ein T-Shirt, auch wenn wir diese Funktionen von MATLAB und oder Octave zum Lösen eines Gleichungssystems heute in dem Video wahrscheinlich nicht wirklich nutzen werden brauchen. Und ich habe hier unten Windows Journal, um mir im Zweifel ein paar Notizen zu machen, ein paar Herleitungen zu machen. Hier habe ich schon mal den Test geöffnet. Naja, und wie immer in diesen Videos gesagt, ich habe mir diese Fragen, die ich jetzt löse, auch tatsächlich irgendwann mal selber ausgedacht. Aber die kommen in unterschiedlicher Reihenfolge mit anderen Zahlenwerten, sodass man doch immer noch mal, zumindest über die Zahlenrechnung, ein bisschen nachdenken muss. Und ich klicke mal auf Testvorschau. Als Student, Studentin hätte man 90 Minuten Zeit. Ich probiere das mal wieder so in roundabout 30 Minuten. Wahrscheinlich werde ich ein bisschen länger brauchen. Und schauen wir das mal an. Es geht los mit einer Frage zu einem ohmsch induktiven Verbraucher, der aus einem Widerstand und einer Induktivität besteht, die in Reihe geschaltet sein sollen. Und da ist eine bestimmte Wirkleistung und Blindleistung angegeben, die eben in dem Widerstand und in der Induktivität umgesetzt werden. Dieser Verbraucher ist eine Spannungsquelle angeschlossen mit einer bestimmten Effektivheit und einer bestimmten Frequenz, unserer Netzfrequenz. Und jetzt ist gefragt, wie groß ist der Phasenwinkel bzw. das Argument der komplexen Admittanz der Reihenschaltung, Angabe in Grad? Das ist natürlich zum Einstieg in eine relativ knifflige und tricky Aufgabe. Ich fange mal hier mit einem Skript an und übernehme erstmal diese ganzen Werte. P sind 226 Watt, Q sind 78 Volt Ampere reaktiv. Ich schreibe das hier alles praktisch in Grundeinheiten hin. Die Spannung sind 199 Volt und die hat eine Frequenz von 50 Hertz. Daraus kann ich gleich mal einen Omega ausrechnen. Das brauchen wir auf jeden Fall noch. Auch die Kreisfrequenz sind 2 mal Pi mal F. So und jetzt kann man sich überlegen, wie man hier so ein bisschen vorgehen kann. Ich würde jetzt das prinzipiell so machen. Naja, eigentlich ist das jetzt gar nicht so schwierig, weil der Winkel von P und Q, der ergibt im Leistungsdreieck auch den Phasenwinkel der Impedanz und das Negative davon ist einfach der Winkel der Admittanz. Also wir können so etwas rechnen wie Phi Y. Der Winkel der Admittanz ist eben negativ. Und wir müssen den Akkus Tangens nehmen von der Blindleistung durch die Wirkleistung. Und dann kriegen wir den in Radiant raus. Und ich will den jetzt noch in Grad umrechnen. Also rechne ich mal 180 durch Pi und schreibe mir das mal hier ran, dass das auf jeden Fall auch Grad sind. Und speichere das mal als RL Verbraucher, Ohmsch induktiver Verbraucher. So, und dann schauen wir mal. Dann kommen hier minus 19,04 irgendwas Grad raus. So genau braucht man das natürlich eigentlich gar nicht angeben. Und ich klicke mal auf Prüfen und das passt. Minus 19,1. Und hier steht auch, die Akkus Tangens Funktion ist sehr nützlich, um das zu machen. Okay, nächste Seite. Es ist die gleiche Aufgabe, der gleiche Ohmsch induktive Verbraucher mit den gleichen Zahlenwerten. Aber jetzt ist gefragt, wie groß ist der Scheinwiderstand bzw. der Betrag der komplexen Impedanz dieser Reihenschaltung? So, das würde ich jetzt so ausrechnen, indem ich aus dem P und dem Q aus der Blindleistung und der Wirkleistung eine Scheinleistung ausrechne. Aus P² plus Q² und davon die Wurzel. Und dann haben wir das S. Und dann weiß man ja auch, dass, schreibe ich mal hier drunter hin, S gleich U mal I ist. Das kann ich in Richtung des Stromes umstellen, indem ich dann hier durch die Scheinleistung teile. U durch, ähm, andersrum, S durch U, ja, Volt mal Ampere durch Volt ergibt Ampere. Dann haben wir den Strom und dann ist das Z einfach U durch I. Das Ohmsche Gesetz im Komplexen. Und wenn ich hier den Effektivwert reingebe und hier den Effektivwert reingebe, kriege ich da auch nur den Betrag raus. So, und dann in Ohm sollte das alles so passen. Dann führe ich das mal aus, kopiere hier den Wert von Z rüber, muss wie immer den Punkt, den Dezimalpunkt in ein Dezimalkomma ändern. Und das passt. Okay, nächste Frage. Und das ist wieder so eine Freitextfrage, die ich mal absichtlich in den Test reingebaut habe, um ChatGPT ein bisschen auf, äh, aus der Reserve zu locken, was ziemlich gut funktioniert, meines Erachtens. Also hier steht so ein bisschen, was die Maschenstromanalyse ist. Ein Netzwerkberechnungsverfahren, bei dem man, wie bei den, wie bei einigen Netzwerkberechnungsverfahren, das Verhalten der Schaltung durch ein Gleichungssystem beschreibt. Und dieses Gleichungssystem kann man natürlich in Matrixform aufschreiben, um das schön kompakt zu haben. Und in diesem Gleichungssystem gibt es dann eine Maschenwiderstandsmatrix. Die wird multipliziert mit dem, was man eigentlich ausrechnen möchte, mit dem Spaltenvektel der unbekannten Maschenströme. Und auf der rechten Seite steht dann der Spaltenvektor der bekannten Spannungsquellen. Und jeder Widerstand hat natürlich irgendwie Einträge, mindestens einen Eintrag, potenziell mehrere Einträge, in dieser Maschenwiderstandsmatrix. So, und jetzt ist die Frage, wie oft kann ein Widerstand maximal auf der Hauptdiagonale dieser angesprochenen Maschenwiderstandsmatrix auftauchen? Und man soll darauf in Satzform antworten und das begründen. Und die Antwort ist, ein Widerstand kann so oft auf der, das kopiere ich mal, Hauptdiagonale der Maschenwiderstandsmatrix auftauchen, wie die Schaltung Maschen hat und wie viele Elemente die Hauptdiagonale der Maschenwiderstandsmatrix besitzt. Das liegt daran, da, naja, weil man den, weil man die Maschen so legen kann, dass ein Widerstand zu allen Maschen, da die Maschen so gelegt werden können, dass ein Widerstand zu allen Maschen gehört. Ich schreibe mal hin, dass ein, das klappt natürlich nicht für alle Widerstände, aber dass ein bestimmter Widerstand in allen Maschen der Schaltung liegt. Ja, da gibt es jetzt natürlich kein richtig und kein falsch, weil diese Aufgabe natürlich noch mal jemand mit Sachverstand testen müsste oder überprüfen müsste, aber also sowas wie maximal einmal, maximal zweimal ist auf jeden Fall falsch, kann da im Grunde genauso oft auftauchen, kann in jedem Eintrag der Hauptdiagonale auftauchen. So groß wie die Matrix ist, so oft kann dieser Widerstand dort auftauchen. Okay, nächste Frage ist ein neuer Fragentyp, da brauche ich mal ein neues Skript, starte wie immer mit einem Clearall und übernehme mal die Werte. Also wir haben einen Kondensator mit 24 Milli, das sind 10 hoch minus 3 Farad, der zusammen mit einem Widerstand und einer idealen Spule einen Reihenschwingkreis bildet, mit einer gewissen Güte von 27 und einer Resonanzfrequenz FR von 395 Hertz. Und jetzt ist gefragt, wie groß ist die Induktivität der Spule in Micro-Henry? Okay, so wie ich das jetzt machen würde, ich würde mal ein Omega R ausrechnen aus 2 mal Pi mal FR. Und dann weiß man ja auch, dass das Omega R gleichzeitig ergibt 1 durch die Wurzel von L mal C. So und die Formel jetzt mal hier so eben umgestellt, ich ergänze ein Quadrat auf der einen Seite, mache hier die Wurzel weg und dann kann ich das L hier hochziehen und das Omega L hier unterholen. Und dann sollte das eigentlich schon passen. Und jetzt muss ich nur noch aufpassen, dass ich das in Micro-Henry bekomme. Aber ich führe das mal aus und muss das natürlich hinspeichern. Das nenne ich RRK Reihen Resonanzkreis. Und dann stehen hier schon 10 hoch minus 6, das sind schon Mikro, das kann ich direkt kopieren. Komma ergänzen und das ist richtig, ergibt sich aus der Tomsonschen Schwingungsgleichung. Das ist genau die, die ich jetzt hier gerade aufgeschrieben und umgestellt habe. Okay, nächste Frage. Wir haben wieder den ohmsch induktiven Verbraucher. Jetzt ist die Frage, wie groß ist der Effektivwert des Spannungsabfalls über dem Widerstand? Das ist natürlich eine total schöne Frage. Da wir jetzt ja schon den Strom hier ausgerechnet haben, würde ich einfach sagen, können wir das doch direkt nutzen, um I mal R zu rechnen oder R mal I. Und dann sollte da der Spannungsabfall über den Widerstand rauskommen. Und R. Ah, und das ist natürlich ein Problem, weil wir haben R ja noch gar nicht ausgerechnet. Da müssen wir mal R ausrechnen. Was man jetzt hier nutzen kann, ist, wir wissen ja, wir wissen die Leistung hier oben und wir wissen, P ist R mal oder I Quadrat mal R. So, und das heißt, wenn ich das R wissen will, muss das, muss ich das so rumrechnen und praktisch umstellen. R ist P durch I Quadrat, dann habe ich das R und dann kann ich auch das U R ausrechnen. So, und naja, bei 199 Volt insgesamt und irgendwie sind 226 in dem Gegenüber viel weniger Volt-Ampere-Reaktiv an Blindleistung, erscheint es nicht ganz unwahrscheinlich, dass das 188,1 sind. Und das prüfe ich mal und das ist auch richtig. Okay, nächste Frage. Es geht weiter mit dem Leistungsfaktor des Verbrauchers. Der Kosinus Phi ergibt sich aus P durch S der Wirkleistung durch die Blindleistung. Die Blindleistung ist gegeben, die Wirkleistung ist gegeben, die Scheinleistung, schon mal Wirkleistung durch Scheinleistung, die Scheinleistung habe ich schon ausgerechnet. Und dann kommt ja direkt da raus, den stören immer noch diese 188 ein bisschen, 0,9 irgendwas, 0,94. Der muss ja kleiner sein als 1, das passt auch ganz gut so zu diesen Werten hier. Stimmt auch. Okay, nächste Seite. Wie groß ist der Effektivwert des Stromes? Den haben wir hier gerade schon mal ausgerechnet. 1,2 irgendwas Ampere kann ich direkt hier rüber packen und klicke auf Prüfen. Das stimmt. Dann ist wieder die Frage mit dem reinen Resonanzkreis. Und jetzt ist gefragt, wie groß ist die absolute Bandbreite des Schwingkreises in Hertz? Die absolute Bandbreite bekommt man raus, indem man die Resonanzfrequenz nimmt und durch die Güte teilt. Und die Güte wissen wir und die Resonanzfrequenz wissen wir auch. Dann sollten das diese 14,63 Hertz sein und das passt auch. Nächste Frage, schon die neunte Frage. Wie groß ist die Induktivität dieses Ohmsch-induktiven Verbrauchers? Das kann man jetzt so ähnlich rechnen. Hier wieder aus der Leistung. Also das ist ein P ist I², I², I² mal XL. Und XL ist, das können wir ja erstmal so rechnen. Also XL, um das XL rauszubekommen, muss man das Q durch I² teilen. So wie hier das P durch I². Und XL ist ja Omega L. Also wenn ich L haben will, muss ich das XL nehmen und durch Omega teilen. Und jetzt ist nur die Sache, auf die man hier noch ein bisschen aufpassen muss. Das L kommt in Henry raus. Hier ist ein Milli-Henry gefragt. Aber führen wir das mal aus. Dann kann ich einfach die 172 hier nehmen. Und dann sollte das so passen in Milli-Henry. über die Blindleistung und den Strom ausgerechnet. Und das passt auch. Okay, so. Nächste Frage. Wie groß ist das der Phasenwinkel der komplexen Impedanz? Den haben wir im Endeffekt natürlich ja auch schon mal hier oben ausgerechnet. Bei der Impedanz ist das jetzt so, dass da einfach kein Minus davor steht. Das ist der gleiche Winkel, aber ohne das negative Vorzeichen. Führe ich mal aus. 19,04 Grad, die wir vorhin schon mal hatten. Jetzt aber positiv. Das passt. Dann die 11. Frage ist eine neue Frage. Ich mache ein neues Skript auf. Tippe ein Clear All. Und wir haben eine Parallelschaltung aus einem Widerstand. Kann ich das eigentlich auch hier so direkt kopieren? Ja, kann ich. Gar nicht mal schlecht. Und eine Kapazität von 14 Mikrofarad. Mikro sind 10 hoch minus 6. So, die bilden eine Parallelschaltung und werden von einer idealen Spannungsquelle gespeist, die einen Effektivwert hat von 18 Volt und eine Frequenz von etwas mehr als der Netzfrequenz, nämlich 54 Hertz. Aus dieser Frequenz würde ich jetzt direkt wie vorhin mal aus 2 mal Pi mal F die Kreisfrequenz ausrechnen, 1 durch Sekunde. So, und dann schauen wir mal, was soll man jetzt eigentlich machen? Wie groß ist der Effektivwert des Stromes durch den Widerstand? Na gut, dafür brauchen wir die Kreisfrequenz noch nicht, aber dafür brauchen wir einfach das Umstiegsgesetz. I ist U durch R. Ziemlich einfach. Könnte man im zweiten Semester nach den Grundlagen der Elektrotechnik 2 so ungefähr wissen. So, und das nenne ich mal Parallelschaltung. Und jetzt brauchen wir dieses I hier. Und das soll in Milliampere gegeben sein. Also nehme ich mal das I mal 1075,949 Milliampere. Und das passt. Steckt aber, wie gesagt, nur das Umstiegsgesetz hinter. Jetzt haben wir die gleiche Frage wieder. Und es ist gefragt, wie groß ist der Effektivwert des Gesamtstromes durch diese Parallelschaltung? So, das ist jetzt natürlich ein bisschen etwas more tricky, könnte man sagen. Jetzt mache ich das Gleiche noch mal U. Mal, also U durch die Impedanz von der Kapazität. Und die Impedanz von der Kapazität ist 1 durch J Omega C. Wenn ich jetzt nur mit Beträgen rechne, brauche ich nur Omega und C und muss dann mal Omega C rechne. Kann man sich überlegen, dass das von den Einheiten her passt. Mit dem, das ist Spannung, das sind Ampersekunden pro Volt. Da kürzt ich die Volt. Und mit dem Omega kürzt ich noch die Sekunden weg. Und dann kommt da ein Strom raus. Und jetzt ist dieser Strom und dieser Strom, die kann ich jetzt nicht einfach zusammenrechnen zu einem Gesamtstrom im Sinne von IR plus IC, weil die ja eine andere Phasenlage haben. Und da sie genau 90 Grad Phasen verschoben sind, kann ich das aber so rechnen, so eine Summe im Sinne des Satzes des Pythagoras. Und das Einzige, was ich jetzt wieder machen muss, ist zu gucken, das sind Ampere. Ich will die Milliampere haben, muss ich das Komma verrücken und klicke auf Prüfen. Und das stimmt, 114,4 Milliampere. So, dann sieht das nach einem neuen Fragetyp aus. Das heißt, ich öffne ein neues Skript, beginne mit einem Clear All und wir schauen mal, wir haben eine konstante Gleichschmeidungsquelle. U sind 186 Volt und die werden für eine Millisekunde, nenne ich mal irgendwie T1 ist eine Millisekunde, an einen Widerstand geschaltet von 19 Ohm. So, und dann gibt es hier noch eine zweite, Zeit, die nenne ich gleich mal T2. Für die wird der Schalter wieder geöffnet. Und die ist aber nicht zwei, sondern acht Millisekunden groß. Und dieser Vorgang wiederholt sich dann periodisch. Und das Schaltverhalten des Schalters kann als ideal angenommen werden. Also das heißt, er schaltet ideal schnell, schaltet perfekt an, schaltet perfekt aus. So, und jetzt ist die Frage, welche mittlere Leistung wird im Widerstand umgesetzt? Und für die mittlere Leistung oder eben für die Wirkleistung braucht man den Effektivwert. U effektiv, den zum Quadrat und durch den Widerstand. Und jetzt ist natürlich die Frage, wie kommen wir auf den Effektivwert? Na ja, und der Effektivwert könnte man jetzt hier auch rasch googeln. In der Wikipedia da findet, sollte man hier relativ schnell diese übliche Definition finden. So richtig schön findet man die nicht. Doch hier, also wir nehmen die Spannung zum Quadrat, integrieren über eine Periodendauer, teilen durch die Periodendauer und ziehen am Ende die Wurzeln. Und jetzt kann man sich überlegen, unsere Spannung ist ja einfach konstant für diese eine Millisekunde das hier. Die konstante Spannung kann man auch einfach vor das Integral ziehen und die kann man auch dann, weil ja ein Quadrat steht, das auch einfach sozusagen direkt aus der Wurzel rausziehen, das Quadrat wegmachen. Und dann bleibt in der Wurzel aber stehen die Zeit, für die das an ist, weil das wäre diese integrierte Fläche durch die Periodendauer. So, also kann ich mal die Periodendauer ausrechnen, das wäre einfach T1 plus T2, die beiden Zeiten zusammen und dann wäre der Effektivwert der Spannung, würde sich eben ergeben aus der Spannung, mal der Wurzel von der Zeit, in der die Spannung an ist, geteilt durch die gesamte Periodendauer. So, und dann sollte die Leistung rauskommen und die Leistung wollen wir auch haben in Watt. Und das sollte alles so passen. Das nenne ich mal hier irgendwas mit Schalter, weil hier ein Schalter drin vorkommt. So, und dann sollten, könnten, dürften, müssen das ungefähr 200 Watt sein. Klicke ich mal auf Prüfen, das passt. Okay. Dann haben wir wieder den ohmsch induktiven Verbraucher und hier ist gefragt, welchen Blindwiderstand muss ein dem Verbraucher parallel zu schaltender Kondensator besitzen, damit er den Leistungsfaktor auf 1 erhöht. So, und dafür ist vielleicht mal jetzt so eine kleine Überlegung ganz nützlich. Also, das, was wir jetzt brauchen, ist, dass die... Warum schreibt das hier schon wieder nicht? Das ist doch etwas albern. Ich wechsle mal die Stiftfarbe. Hm. Das verstehe ich nicht. Dann mache ich das Programm mal einmal zu und mache es einmal wieder auf. Ah, und schon schreibt es. Interessant. Okay. Also, QL, ja, die Blindleistung von der Induktivität, die wir haben, die soll genauso groß sein, zumindest betragsmäßig, wie die Blindleistung von dem QC. Und die Blindleistung von dem QC kann man ausrechnen aus U², der Spannung hier, die wir haben, geteilt durch das XC. Und das XC ist ja genau das, was wir wissen wollen. Das ist dieser Blindwiderstand, diese Reaktanz. So, also müssen wir das nur nach dem XC umstellen. Und das klappt eben. XC ergibt sich dann aus U² durch QL, durch das Q einfach. So, und das sollte auch direkt in oben rauskommen. Hier auch in meiner Formel 507,7 Ohm. Und das stimmt. Nächste Frage. Ein Widerstand bilden einen reinen Resonanzkreis. Ich gehe auf das Skript neben dem reinen Resonanzkreis. Jetzt ist die Frage, wie groß ist dieser Widerstand? Oh, das ist auch eine schöne Frage. Dafür kann man jetzt nutzen, ich schreibe das mal hier oben hin, Q ist 1 durch R mal die Wurzel von L durch C. Das ist die Formel für die Güte. Die Güte wissen wir, die Induktivität und die Kapazität wissen wir, wir müssen das nach dem R umstellen. Das bekomme ich hin, indem ich das R hier hochschreibe und durch das Q teile. Und dann sollte ich das R rausbekommen. Und das soll jetzt in Milliohm angegeben werden. Da rechne ich das R mal 10 hoch 3 mal 1000. Und dann sind das 0,6. Natürlich was relativ Kleines in diesem reinen Resonanzkreis, damit er eben diese Güte bekommt. Okay, und das stimmt auch. Dann ist die nächste Frage, wir haben wieder den ohmsch induktiven Verbraucher. Welche Scheinleistung hat der? Das muss ich einfach nur ausführen und mal die Scheinleistung anzeigen lassen. Wir haben ja schon hier mehrfach benutzt und ausgerechnet. Satz des Pythagoras angewendet auf diese beiden Größen. Das stimmt. Nächste Seite. So, dann sind wir wieder bei dem Reihenschwingkreis. Das geht hier wild hin und her. Wie groß ist die absolute Bandbreite? Bezogen auf, also nicht in Hertz, sondern in 1 durch Sekunde, in Radiant pro Sekunde. Das B Omega. Das B Omega kriege ich natürlich raus, indem ich das Bf nehme, was ich schon mal ausgerechnet habe, und mal 2 mal Pi rechne. Ja, oder sieht vielleicht schöner aus. 2 mal Pi mal das. 2 mal Pi mal F ergibt eine Kreisfrequenz. 2 mal Pi mal Bf ergibt eine Bandbreite in Bezug auf Omega. Und da das hier alles Grundeinheiten sind, sollte das hier auch in 1 durch Sekunde rauskommen. Ich klicke auf Prüfen und das passt. Okay, nächste Seite. Wir sind wieder bei dem ohmsch induktiven Verbraucher. Und jetzt ist die Frage, wie groß muss der Kondensator sein? Eben war ja nach der Reaktanz des Kondensators gefragt. Jetzt ist nach dem Kondensator direkt gefragt, und zwar ein Mikro-Henry. Und jetzt kann man eben sagen, hier das Xc, das was hier unten ich gerade schon mal ausgerechnet habe, ich mache mal das C noch ein bisschen schöner, das Xc ergibt sich natürlich aus 1 durch Omega C. Und wenn ich das jetzt nach dem C umstelle, dann steht da C ist 1 durch Omega durch Xc. Das Xc, was gerade ausgerechnet wurde. Und das ergibt natürlich nicht X, so wie Twitter jetzt heißt, sondern die Kapazität. Und die soll jetzt noch im Mikro-Farad angegeben werden. Hinten stehen schon 10 hoch minus 6. Das heißt, ich kann das hier vorne einfach kopieren, was vor dieser Zehnerpotenz steht. 6,2 oder 6,3 Mikro-Farad und das passt. So, dann ist wieder der Reihenresonanzkreis gefragt. Und jetzt ist gefragt, wie groß ist die Resonanzkreisfrequenz des Schwingkreises? Die haben wir hier schon mal ausgerechnet. Das Omega R. Und das sind knapp 2500 Radiant pro Sekunde und das passt. Die nächste Seite ist eine Parallelschaltung aus einem Widerstand und einem Dings. Das hatten wir, glaube ich, auch schon mal. Das ist das Skript hier. Wie groß ist der Effektivwert des Stromes durch die Kapazität? Das habe ich hier auf dem Lösungsweg für den Gesamtstrom auch schon mal ausgerechnet. Und das sollte jetzt noch mal in Milliampere angegeben werden. Da rechne ich das rasch um und füge das hier ein. Das passt. Wir sind bei zwei Drittel des Tests. Ein Widerstand. Oh, jetzt ist ein neuer Fragentyp eine duale Schaltung. Ich nehme mal ein neues Skript, nehme mal die Werte hier. R sind 30 Ohm und C sind 2 Millifarad. C hoch minus 3. Die sind parallel geschaltet. So, und jetzt ist die duale Schaltung gesucht, deren Impedanz in der Einheit oben. Also ich scrolle jetzt hier so ein bisschen runter, dass ich ein bisschen Platz habe in meinem Skript. Also fangen wir mal an mit der Originalschaltung. Die Originalschaltung sieht so aus. Ich habe einen Widerstand und eine Kapazität parallel. Und jetzt kann man natürlich scharf draufschauen und sagen, okay, die duale Schaltung muss sein. Ich habe einen Leitwert und das ist natürlich wieder sowas wie ein Widerstand und eine Induktivität in Reihe. Also das ist R, das ist C, das ist R-Dual und das ist L-Dual. Ja, oder ich könnte hier vielleicht auch hinschreiben, dass das sowas wie G-Dual ist. So, und jetzt soll die Impedanz der dualen Schaltung, die schreibe ich mal hin, Z der dualen Schaltung mit Strich drunter, weil die komplex ist. Das ist einfach die Summe der Einzelimpedanzen hier. Und wenn ich das mit dem Leitwert hinschreibe, dann steht da 1 durch G-D, weil das wäre ja der Widerstand, plus J-Omega-L-D. Lass D da vielleicht nicht so groß sein. So, das ist ja nur so ein Index. So, und die soll jetzt dreimal so groß sein wie die Admittanz der Originalschaltung. Also wäre es vielleicht nicht verkehrt, nochmal die Admittanz der Originalschaltung hinzuschreiben. Und die ergibt sich natürlich in der Parallelschaltung einfach aus der Summe der Einzeladmittanzen. Und das ist 1 durch R plus J-Omega-C. Und jetzt sieht man, diese Formeln haben natürlich genau die gleiche Struktur, weil das ja auch duale Schaltungen sind. Und jetzt soll das eben so sein, dass Z der dualen Schaltung geteilt durch Ohm, schreibe ich mal so schräg hin, soll jetzt genauso groß sein wie dreimal die Admittanz der, dreimal so groß wie die Admittanz der Originalschaltung in der Einheit Siemens. So, und jetzt kann man natürlich vielleicht das Ohm sagen, das hole ich hier rüber und das Siemens baue ich hier auch weg. Dann kriege ich hier ein Ohm-Quadrat hin. Und dann kann man so einen kleinen Koeffizienten-Vergleich machen und sagen, wenn ich jetzt das GD hier haben will, ja, wir wollen den Leitwert in der dualen Schaltung haben, dann kann ich ja jetzt hier so ein Ist-Gleich sozusagen zwischen machen, so dementsprechend diesem Ist-Gleich hier unten. und sagen, hier muss jetzt noch ein 3 Ohm-Quadrat vorstehen und hier muss dann dementsprechend ein 3 Ohm-Quadrat stehen und hier muss auch irgendwie ein 3 Ohm-Quadrat stehen. Und dann kann man sehen, der Leitwert, wenn ich jetzt mal andere Farben benutze, die Farben muss ich leider auf dem anderen Bildschirm wechseln, so, dann muss ja das jetzt Koeffizienten-Vergleichsmäßig genauso groß sein wie das hier drüben, damit das passt in der Formel. Also ergibt sich das GD, ja, diese Konstante K, diese Proportionalitäts- oder Dualitätskonstante, setze ich mal entsprechend hier auf diese 3 und dann ist eben das GD ergibt sich aus R durch K. Eigentlich total simpel und das nenne ich mal duale Schaltung. So, und dann, naja, 30 durch 3 sind 10. Ziemlich einfache Rechnung und das stimmt auch. Okay, so, dann haben wir wieder den Ohmsch induktiven Verbraucher und da ist nach dem Widerstand gefragt, den haben wir zwischendurch auch schon mal ausgerechnet, in Ohm, das sind 156,57. Das passt, dann ist wieder die duale Schaltungsaufgabe. Jetzt ist nach der Induktivität gefragt. Jetzt kann man natürlich in einer anderen Farbe, vielleicht grün, sich überlegen, okay, damit das passt, muss jetzt die Induktivität, das hier muss genauso groß sein wie das da drüben hier, das grün umkreiste, also ergibt sich die LD, die duale Induktivität aus C mal K. Nicht durch K wie beim Widerstand, sondern C mal K. Und die Milli stehen hier hinten, klar, das sind 6, also 2 Milli mal 3 sind 6. Da braucht man eigentlich auch nicht, da braucht man jetzt mal aus Versehen nicht Matlab und nicht Octave. Okay, dann ist wieder die Aufgabe mit diesem Schalter. Wie groß ist der Effektivwert der Spannung? Den haben wir ja gerade schon mal ausgerechnet. Das sind 62 Volt, das passt auch. Dann haben wir wieder den ohmsch induktiven Verbraucher. Ich führe das schon mal aus, es ist gefragt. Der Blindwiderstand der Induktivität, das war das XL hier, was ich auch schon mal zwischendurch ausgerechnet habe, in Ohm. Das sollte auch so passen, in Ohm. Und das stimmt auch, noch 5 Fragen. Nochmal der, wie groß ist der Scheinleitwert dieser komplexen oder dieser kompletten Reihenschaltung? Das wäre das Y. Y ist 1 durch Z. Und das soll in Millisiemens rauskommen. Also rechne ich das mal 10 hoch 3. Und dann sind das natürlich, ja, wenn das viel oben sind, sind das wenig Siemens. Deswegen eben paar Millisiemens, das stimmt. Dann ist wieder die Aufgabe mit diesem Schalter, respektive Schaltvorgang. Wie groß ist der Mittelwert? Und der Mittelwert der Spannung, den kann man jetzt natürlich genauso ausrechnen, wie das hier oben für den Effektivwert, bloß eben ohne die Wurzel. Ja, da steckt ja das gleiche Integral drin, aber eben ohne das Quadrat und ohne die Wurzel. Also mal T1 durch T. Und das sind 20, zwei Drittel Volt. Kann man sich überlegen, praktisch ein Neuntel von dem hier oben, was hier steht. Ja, und das passt auch. Okay, so, dann ist die vorvorletzte Frage wieder eine Freitextfrage und Aufgabe, um potenziell sich mal was zu überlegen oder eben Chatschipetit zu fragen, was dann in den allermeisten Fällen falsch ist. So, wieder die Erklärung der Maschenstromanalyse und die Frage, wie oft kann ein Widerstand insgesamt auf der Hauptdiagonale und den Nebendiagonalen der Maschenwiderstandsmatrix stehen, man beantworte und begründe in Satzform. So, und die Antwort ist, ein Widerstand kann insgesamt, ich kopiere mal hier so ein bisschen, kann insgesamt so oft auf der Hauptdiagonale und den Nebendiagonalen der Widerstandsmatrix stehen, wie diese quadratische Matrix-Einträge besitzt. Dafür muss dieser Widerstand zu allen Maschen gehören, was sich aber dadurch erreichen, was sich aber, ja, je nach Anordnung der Maschen erreichen lässt. Ja, also je nachdem, wie man die Maschen hinpackt, kriegt man Sinn, dass ein bestimmter Widerstand in allen Maschen der Schaltung vorkommt, von allen Maschenströmen durchflossen wird und dann taucht er auch in allen Elementen der Maschenwiderstandsmatrix auf. Okay, so, da gibt es natürlich jetzt wieder keinen Punkt drauf, das müsste noch ein Mensch kontrollieren, aber das ist richtig. Wir sind bei der vorletzten Frage wieder bei dem ohmsch induktiven Verbraucher und es ist gefragt nach dem Effektivwert des Spannungsabfalls über der Induktivität. Für den Widerstand habe ich das ja hier schon mal ausgerechnet, aus dem ohmschnellgesetz für die Induktivität kann man das genauso machen, bloß, dass hier nicht der Widerstand, sondern der Blindwiderstand steht, den haben wir aber zum Glück auch schon mal ausgerechnet. Ich führe das mal aus und das UL sind 64 oder knapp 65 Volt. Das sollte auch passen. Und dann ist die letzte Frage, wie groß ist die relative Bandbreite dieses Schwingkreises und die relative Bandbreite ergibt sich einfach aus 1 durch die Güte. Und ich lasse das mal ausrechnen und genauso, also da kommt 0,03 irgendwas raus und genauso könnte man natürlich auch BF die absolute Bandbreite durch die Resonanzfrequenz rechnen, da kommt das gleiche raus. Oder ich könnte auch B Omega durch Omega R rechnen, da sollte auch das gleiche rauskommen, da kommt auch das gleiche raus. Also ziemlich viele Möglichkeiten, hier diese relative Bandbreite auszurechnen. Und ich prüfe diesen Wert und das stimmt und klicke damit auf Versuche abschließen und habe von den 30 Antworten 30 richtig. Muss mal kurz hier auf die Zeit schauen. Ja, auch ein bisschen mehr als 30 Minuten wieder. Aber sehr schöne Lösung für diese Online-Leistungskontrolle, in der mal wieder Octave super, super nützlich ist und die auch auf meinem T-Shirt hier verewigte Formel-Schreibweise. Und es hilft auch trotzdem sich nebenbei, entweder hier mit digitaler Tinte auf dem Bildschirm oder eben mit echter Tinte auf einem Blatt Papier oder einem Notizzettel ein paar Formeln aufzuschreiben, so dass man das Einsetzen und Umstellen da ein bisschen einfacher bekommt. Und es hilft, es heilt die göttliche Kraft!